Hey, meine Rahe Borken, herzlich willkommen wieder zu Among Us, heute mit einer ganz besonderen Special-Modifikation. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, lasst mir mal ein Like da, let's go. Hey, warum bin ich Regenbogenfarben? So, okay, 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 hey. Neue Runde, neues Glück, ich bin's einfach wieder. Manche wäre viel lieber Jester als der Atzi hier. Ah, das ist Karte, das weiß ich genau, wie man's faked. Raus, geschafft. So, hä? Wo ist Elina hin? Ist Elina rausgeflogen? Ein Gegner weniger, easy. Oder war das einfach nur mega leck jetzt hier gerade? Aber es stand nicht im Chat, das, äh, gibt's überhaupt einen Chat? Okay, keine Ahnung, glaub ich, kein Chat. Äh, wo muss ich überhaupt hin? Ich muss zu Electrical, dann gehen wir mal hin. Ich möchte einen Verbrechen melden. Halt, Elina, ich dachte, du bist rausgeflogen, du hast dich voll teleportiert bei mir. Ist das etwa eine Fähigkeit von Jester? Du hast dich auch bei mir teleportiert. Ich? Ja, manche lecken so ein bisschen durch die Gegend. Logo, wo war denn die Leiche? Ich kann vielleicht Jonas kennen. Bei, äh, diesen ganz außen rechts, wo dieses Kommando-Cockpit da ist. Dann kann ich Jonas schützen. Ehre. Also, ich hab niemanden gesehen. Ich, an mir ist grad Chris vorbeigelangt, glaub ich. Und wo bist du? Ich war unten in Communications. Ja, Lisa, haben wir hier deine Flüge aufgetreten. Als ich zuletzt nach oben Richtung Cafeteria rausgegangen bin von dem Cockpit dort, kam mir Gambo noch entgegen. Ist richtig, ich doch hab. Wer ist grad in Communications vorbeigelaufen? Die Leiche lag ganz rechts in diesem kleinen Cockpit dort. Was ist das, Navigations? Wie heißt das? Was ist denn Navigations überhaupt? Das ist ganz rechts, wo du manchmal, ähm, und ich hab mal einen Steuert. Ach, da wo man einen Steuert ausrichten muss. Ja, genau. Und wie heißt der Raum unten rechts da, dieser winzige? Shields. Dieser winzige heißt Shields. Ja. Wo du diese Sechsecke machst. Genau. Also, wenn wir jetzt nichts genau wissen, dann werfen wir niemanden raus. Ja, genau. Ich wär dafür, dass wir ein Logo rausschmeißen. Bin ich auch für. Ben. Ich glaub, Ben ist Jester. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, als ob du jetzt versuchst, mich schon wieder rauszwerben. Vielleicht bin ich aber auch dein Vater. What? Alter, ich hab den Titel des Videos. Ben ist mein Vater? Was ein Plotwist. Äh? Das würde ich mir merken, Logo, dass Chris dich gevotet hat. Okay. Hm. Boah, hier geht aufs Safekanne rein, oder? Ich hab gesehen, Ben war's. Wieso werd ich denn immer bezichtigt? Weil ich grad da lang vorbeigelaufen bin und es mir eigentlich fällt uneinig, muss da runter. Und dann hast du ihn grad aufgeschlitzt. Loll. Nein. Nein. Ich war's halt for real nicht. Ben, und wo kamst du denn? Ich kam von Electrical. Da war ich eingesperrt mit Lisa, die mich jetzt verrät. Ja, und da waren noch Gamo und Chris. Und mit Chris bist du rübergelaufen und mir. Und dann bin ich nach oben und dann bin ich wieder umgedreht. Ich stand, denke ich, mit Tim vor der Tür von Electrical und dann ist sie aufgeschluckt. Tim hab ich gesehen. Ja, ich stand auch mit vor der Tür. Genau, dann ist Chris, Ben und ich sind nach rechts rübergelaufen. Wo liegt denn die Leiche relativ genau in Storage? Also die muss ja in Storage liegen, oder? Äh, Mitte rechts. Mitte rechts. Äh, Lisa kam... Ne, Ben, war Lisa bei dir? Ja, ne? In Electrical, ja. Okay. Sehr gut, weil ich wollte jetzt nämlich grad sagen, es sah von mir aus so ein bisschen so aus, als käme sie von, äh, Communications. Aber ich hätte dich auch easy in Electrical schlitzen können. Ja, aber die Tür zu ist, macht es nicht. Stimmt, die Tür war zu und hätte rauswenden können. Stimmt. Aber weil er an deiner Tür standet, ich hab ja Tim auch gesehen, da hat Tim Micha auch gesehen. Aber man kann ja nicht durch die Tür durchgucken. Ja. Ich hab ihn gesehen. Logo, ich mag deine Argumentation. Ben hätte aber auch keinen Grund gehabt, äh, dann die Tür zu benutzen. Er hätte halt easy rauswenden können. Also, müssen wir voten? Ich vote, Logo. Ich hab Spaß. Noch nicht. Oha, ich verteidige dich. Elina, sag du mal was. Und Tim. Ich soll was sagen. Jo, ich hab gar nichts gesehen, ne? Das kann ich dazu beitragen. Ich hab Ben gesehen. Also, ich renne über die Map und hab Spaß. Jo, ich auch. Ja, ich muss dich jetzt, Lisa, ich muss dich jetzt holen, bist du akku auf mich. Warum denn das jetzt? Weil du jetzt immer mich voten wirst. Ja, weil du es ja auch vor 80 Jahren gesehen. Wir können auch ein Gentleman's Agreement machen, dass wir uns nicht voten. Nein. Ich hab mich ja schon sauer. Oder wir voten beide Logo. Was hältst du denn davon? Nein. Ich hab dich schon gevotet. Oh, frech. Da musste ich jetzt auch voten. Ich weiß noch was. Wie frech. Warum hätte ich dich gewotet? Ja, mein Gott. Irgendwas musste ich ja anbieten jetzt hier, ne? Sauber-Logo. Hey, ich bin raus, ihr Schweine. Das kam unerwartet. Ups. Kann ich jetzt sehen, wer Jester ist? Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht sehen kann. Oder der ist schon tot. Das kann natürlich sein. Warte, ich schreib mal in den Chat. Wart ihr Jester? Ich würde ja gerne sehen. Das wäre übelst interessant zu wissen. Ich meine, das ist schade. Wieso sieht man das nicht? Hoffentlich sehen die den Chat. Okay, weil wir müssen unseren Kollegen beobachten. Wir können ihn aber vielleicht supporten. Das ist der perfekte Kill jetzt. Go. Das ist der Perfekt-Kill. Na, cool dann vielleicht, ne? Wo liegt die Leiche überhaupt? Das geht ja auch weiter. Alpha-Engine rechts im Flur. Ich bin halt nicht hochgerannt. Das stimmt halt nicht. Hä, aber warum hast du denn reibt oder nicht gefixt? Ich bin zu Reaktor gegangen, aber ich wollte vorher kurz bei Security reinlunzen und bin dann halt einen Ticken verspätet reingekommen. Aber ich war drin. Da reinzulunzen hast du dein Messer in die Leiche reingelunzt. Fluch, du willst du zwei Votes machen, Alter. Ich wünschte, ich könnte. Warte mal kurz. Wen ist die Leiche noch so krass? Weil wir sind ja fast voll. Mir, mir. Mir fehlt noch eine Navigation. Ja, dann gehen wir doch alle mit den Leihren. Ja, dann gehen wir jetzt einfach Lisa. Dann gehen wir jetzt alle schön spazieren. Wir machen eine Reisegruppe und let's go. Oder lass doch einfach Lisa rauswoten. Als Gruppe zu laufen ist verboten. Verboten, verboten. Ich muss ja noch Aufgaben machen. Ach nee, ich war ja im Poster. Ich dachte gar nicht, ich muss nur Aufgaben machen. Aber nee. Das könnte, könnte das, nee, 20 Sekunden. Aber wenn er einen killt, vielleicht, maybe. Gambo, Logo. Ja, aber Logo ist ja mega auffällig. Logo ist ja übelst. Oh, Tim. Tim muss doch jetzt Logo blamen. Das war ja richtig komisch von Logo. Hä? Tim geht's um, Tim geht die Emergency? Ja, Tim geht direkt zum Emergency und sagt Logo. Komm, komm, Tim. Komm. Uh, 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 uh. Gambo war's. Ach, kacke. Er hat einfach die Liene abgeschlossen. Das ist eine eiskalte Lüge. Ich hab mir doch vorhin schon vertraut. Ich werde da halt auch nicht näher drauf eingehen. Weil egal, wie krass ich diskutiere, ich werde sowieso rausgehoben. Ich muss kurz was loswerden. Ich hab so Scheiß in der Hose von Tim die ganze Zeit. Der mir hinterher rennt. Ich halte die ganze Zeit meinen Sicherheitsabstand. Ich so, nein, nein, bitte nicht. Ach, ich hab ja noch Communications gemacht. Kann ich mehrere machen? Nee. Ha, das müssen Sie erst fixen. Ha, ha. Ich war das der Allerechte. Jetzt kill ein Gambo. Kill Lisa. Nee, weiß ich nicht. Kill irgendeinen. Ach, schade, es sind so viele. Du kannst nicht alle killen. Kill eine Reporter instant und schrei rum. Aber ich weiß doch auch nicht, wie das machen muss, Gambo ey. Oh, einer hat endlich im Chat geschrieben. Jonas war's. Logo ist einfach dritter Poster. Jonas war's. Ich war mit dir grad da drin. Du hast ihn im Laufen gekillt und läufst einfach in den fucking Reaktor rein. Oh shit. Logo, du hörst mir bitte einfach. Ich war der Einzige, der auf meiner Seite stand. Warum soll ich ihn nicht töten? Logo, kam sie grad von Appa Engine? Sagt ja oder nein? Ja, kam sie. Ja, easy goings in ihrem Lauf, alter. Gambo war hinter mir. Logo, bitte. Ben, bitte. Schade, ich hab die neue Butler. Bitte, vertrau mir einmal. Logo, wirklich. Guck mal, Tim ist es wirklich. Einmal in deinem Leben. Hallo, ich hab doch auch Ben rausgevotet. Bitte. Insane, wie schlecht das ist schon zum zweiten Mal. Ja. Ah. Holy shit. Oh nein. Er hat's fast durchgespielt, Alter. Danke, Logo. Fast. Das war so knapp, Mann. Mann, es war so knapp, ne? Ja. Oh, scheiße. Warum bin ich grad die ganze Zeit dabei, wenn jemand abgestochen wird? Dreimal jetzt. Ja. Ich bin so ein schlechter Imposter, ne? Ich werd direkt immer überführt. Immer kommt Lisa aus der Ecke mit. Ich hab's gesehen. Wir sind Crewmate. Das heißt, wir haben eine Chance von, dass zwei Imposter gibt, wenn wir neun Spieler sind, von 1 zu 7. Dass wir der Jesper sind. Äh, Jesper. Jetzt sag ich selbst schon falsch. Man sieht das auf jeden Fall anhand. Man sieht das nicht am Anfang. Man sieht das aus dem Laufe der Runde irgendwie. Hat Jonas gemeint. Der ist es ja irgendwie jetzt schon viermal geworden. Äh, weil sich der Name... Ja, da war ich ja schon auch lang nicht mehr. Weil sich der Name ändert. Und man wird dann zu so einem weißen Typie. Bisher bin ich noch rot. Also, weiß ich auch nicht schon, Leute. Sage mal Gambo. Bin ich tot? Jonas ist der Reaktor gestorben. Jonas erwischt es aber auch immer jetzt gerade. War Jonas wieder der Jesper? Oh, wenn er wieder der Jesper war. Chris und Logo kann nichts helfen. Chris war auffällig. Wer hat denn den Reaktor gelöst? Ich nicht. Stimmt. Wer war da? Also, ich wollte da hinlaufen. Ich, aber ich weiß nicht, wer der anders war. Ich war komplett auf der anderen Seite mit Tim. Äh, mit Ben, meine ich. Das stimmt. Und wir können uns denken... Aber da nur einer tot ist, kannst du es ja trotzdem machen. Jaja, also für den Kill können wir uns gegenseitig safen. Nö, ich möchte dich aber nicht safen. Also, ich würde gerne mal so einen kleinen Sass aussprechen. Vor allem Ben sagt uns immer... Immer warten, Leute. Das wurde noch nicht so getrunken. Heute ist Ben irgendwie nicht er selbst. Der wollte mich vorhin auch so richtig aggressiv rauswerfen. Toll. Vielleicht will Ben jetzt auch Jesper oder sowas. Wenn der Eintritt auf Bens Seite... Ich schließe mich dann den Vote of Lisa an. Was? Ich skippe, ich skippe. Wir sind noch zu acht, Eier. Wir müssen nicht voten. Allaah. Ja, zu acht, Allaah. Ja, aber der ist dritte Bier schon gezischt heute. Vielleicht. Schade, Lisa. Aber du stehst auf meiner Liste. Oh. Mikrofon activated. Okay. 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 Ich habe... Das war... Ich komme gerade aus der Electrical. Ich sehe Elina um die Ecke so ein bisschen rumlunzen. So, aha. Und dann bin ich so... Hm. Geh dann so wieder weg. Was? Ich gucke wieder nach. Geh wieder hin. Dann laufe ich ihr nach. Sie läuft direkt zu einer Leiche aus der Richtung, wo sie schon die Leiche hätte reporten können und reportet die instant. Das ist ja auch, was man macht, wenn man eine Leiche sieht. Nein, 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 nein. Du kamst aus dieser Richtung. Du hast mich die ganze Zeit im Gang gestanden. Safe. Hundertprozentig. Das glaube ich aber auch, weil die Elina das gerne macht. Ja. Was macht dich mit einer gerne in Gang stehen? Ja. Oh, Lisa verteidigt die Elina. Aha. Hey, nein. Ich habe nur nachgebracht. Interessant. Haha, Lisa, ich habe dich auf meiner Liste. Sie hätte die ganze Zeit im Gang stehen müssen und ist wirklich... Außerdem hätte sie aus dem Gang, auf der Gra... Ja, aber du hättest genau um die Ecke stehen müssen, weil die Leiche lag direkt am Raumeingang. Ich weiß nicht, Logo sagt sowas eigentlich nie. Und wenn er sowas sagt, dann hat das schon Hand und Fuß geräusch. Ich bin hochgelaufen, das ist richtig, weil ich da auch meine Aufgaben hatte. Aber was soll ich denn auch machen, wenn ich auf eine Leiche zulaufe? Soll ich einfach sagen, ach nee, ich vote jetzt nicht. Ja, moin. Du hast jetzt einfach mich gewotet. Ich habe Lisa gewotet. Oha. Boah, wenn dann vote ich dich. Ja, moin. Bin ich gespannt, ich bin jetzt so gespannt. Ja, ich vermute, das ist Lisa, weil Lisa war die Einzige, die so ein bisschen Partei für Elina ergreifen wollte. Sondern, ich sage, Lisa, Rache ist... Ich kann mich irgendwann save'n, siehst du? Aha. Ich muss mich eigentlich auch mal ausstellen. Aber egal, es ist zu spät. Könnt ihr bitte den Sauerstoff anmachen? Ich möchte gern atmen. Ich bin hier gerade etwas beschäftigt. Na. Ich gehe da mal besser hin, ne? Besser ist. Das, Tim. Boah, ich dachte, wir verlieren, ne? Oh. Wer ist da, Chris? Ne, okay. Na, es ist eh Lisa. Ich bin mir relativ sicher, dass es Lisa ist. Ich meine, ich liege immer falsch in meinen Vermutungen. Aber ich denke, dass es Lisa ist. Warum beobachtest du mich? Jetzt Weltrekord. Wieder die Chance, Leute. Ich warte. Okay, Zeit. Das war schnell, Alter. Da kann mir keiner was erzählen. Lisa, ich werde dich beobachten. Ich werde dich verfolgen. Ich werde dich überführen. Soll ich im Urgency einfach mal kloppen? Ja, solange ich Lisa hinterher renne, müssten wir eigentlich... Bitte dreier... Ah, ja. Mikrofon activated. Was läuft? Der stinkt da mir so hinterher. Ich hatte voll Angst vor euch. Hä, ist jemand gestorben? Nein, ich habe im Urgency gedrückt. Ja, ich habe nichts gesehen, aber ich glaube, Lisa ist es. Eindeutig sass. Bei Lisa hatten wir eh gesass und sie hat dann auch als einzige Person Partei für Idina ergriffen. Na, ich habe nur gedacht, dass... Und ich finde, Chris irgendwie ein bisschen sass. Ich finde, Chris aber auch sass. Weil Chris war gerade der Einzige, der Logo gewocht hat, ohne was zu sagen. Nee, stimmt, Chris hat auch Partei für Idina ergriffen. Ich finde, Chris, sein Movement ganz, ganz weird. Aber vielleicht will er auch rausgevotet werden. Ja, mach das gut. Also, der Einzige, der... Wir haben jetzt seit letztem Lisa raus und dann Astris. Chris und Lisa. Ich wollte einfach nur, dass unser Grundsatz von der letzten Runde hier nicht verloren geht. Nee, nee, tut's... Glaub mir, glaub mir. Das habe ich mir schon mit so Post-it hier am Monitor gekriegt. Ja, aber das Problem ist, wenn du das sagst, du sagst halt meist immer das Falsche grundsätzlich. Ich habe gesagt Lisa. Also, ich wollte jetzt dich. Nee, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte Lisa. Ich bin für Chris gegangen. Ich wollte immer Lisa. Du musst warten, Logo. Wir ändern auch mal unsere Meinung. Aber ich hatte den Schlüssel gefragt, da hat noch niemand was gesagt. Ach so. Na, wir wissen ja nicht, ob es falsch ist. Das kann ja auch richtig sein. Also, auf wen geht ihr jetzt? Es ist ja keiner tot. Also, können wir eigentlich auch skippen? Oder? Ja, klar. Sicher. Nicht, dass ihr doch nicht... Indem wir skippen, aber zumindest auch nicht das Risiko, den Jester rauszuwurken. Aber macht mir nicht mehr so Angst, ihr zwei. Hä, ich laufe dir jetzt hinterher. Das kannst du aber wissen. Ja, dann macht es so. Hä? Oh, war das einfach hier. Ich würde ja sagen, der, der stehen bleibt immer so ein bisschen Risky-Suss. Aber da irgendwie gerade gefühlt alle stehen geblieben sind, weil es ein Megaleck gab, kann man da auch nicht wirklich eine Aussage zu treffen. Ich kann auch Emergency machen. Soll ich? Ja, dass Lisa hier so rumrennt, macht sie halt schon so ein bisschen Proven. Weil welcher Impostor würde das bitte machen? Ich denke, Chris ist es. Mikrofon activated. Okay, was gibt es zu verkünden? Ich ändere meine Meinung und sage, es ist doch Chris. Warum? Weil Lisa die ganze Zeit im Kreis rennt um den Emergency-Button. Ich meine, ich will nicht ausschließen, dass eine Postle das für Taktikgründe nicht unbedingt machen würde. Aber es wäre schon, da die Aufgaben zu 90% erfüllt sind, schon irgendwie blöde. Ja, ich muss auch eine Sache noch einwerfen und zwar hat Chris nämlich Lisa gewartet, obwohl er da irgendwas anderes erzählt hatte. Nee, nee, Chris hat schon gesagt, dass Lisa ist das. Achso, hat er das gesagt? Ich dachte, hat er nicht gerade noch verteidigt das Wort? Ich sagte seit drei Runden, dass Lisa es ist. Oh, Leute. Ich sollte vielleicht mal anfangen. Warum hast du in der zweiten Runde Logo gevotet? Ja, weil ich der Meinung war, dass das Logo in der Halt verteilt. Ich sage Chris, weil ich habe gesagt Lisa oder Chris und dann habe ich Lisa mehr oder ja, schön wie alle direkt mir nachgeworten, danke dafür. Und dann bin ich wieder der Schuldige, wenn es Chris nicht war. Ja, genau, ist ja nicht meine Verantwortung. Du hast es gesagt, also alles fein raus. Oh, vielen Dank. Ben hat das durchschaut, hat er das hier. Und Elina konnte echt nichts mehr den Kill, das war ich und bin dann weggelaufen. Hat der Jester mal gewonnen. Ach, du warst Jester. Ja, ich war Jester. Hey, ich dachte, hey, aber bei mir stand auch Victory. Hey, bei mir stand Defeated. Bei mir stand Victory. Ach, du warst Jester. Ach, ja, moin. Hey, das hast du aber dann übel gut gespielt. Ach so. Ich habe gar nicht. Nee, bei mir Victory stand, dachte ich, dass du Imposter warst. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir mal ein Like da. Abonniert gerne auf meinen Kanal, um mich kostenlos zu supporten. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. 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 Vielen Dank.